Ich möchte euch herzlich zu diesem besonderigen Anlass begrüssen. Man ist mit einer grossen Erwartung gekommen und hat mir gedacht, jetzt schauen wir mal, was hier alles passiert. Ich fand es sehr spannend, dass ganz viele Leute sehr aktiv waren. Das heisst, wir haben nicht irgendeine Geschichte zugelassen, sondern ganz viele Leute haben sich den ganzen Abend bewegt, sind von Tisch zu Tisch und ganz viele Leute haben da auch miteinander gehalten. Es ist etwas passiert, wenn Sie bitte ganz langsam nach hinten laufen. Man muss sich herausfinden, wer der Mörder ist. Man muss sich ein paar Gedanken machen. Man hat vielleicht mal Revue passieren lassen. Wer hat was gesagt? Wer hat vielleicht irgendetwas gemacht? Wir haben das angefunden, dass wir im Zug gegessen haben. Wir sind ab und zu kurz vor der Ecke und haben dann noch im Zug in die Nacht gegessen. So, was angefangen hat mit seiner Atemnot, was irgendetwas passiert ist? Also, mich hat den meisten auch überrascht, weil man halt wirklich nicht gewusst hat, wer es könnte gewesen sein. Ich habe manchmal wieder auf andere Personen getippt, bis ich wirklich am Schluss dann das Gefühl hatte, mal der oder die muss jetzt sein. Und dann kommt es mir ein Türen vom Presse herausgefunden, wer es war. Ja. Und dann... Die Stimmung war super. Das war für eine Toxie. Ja! 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 Ja, ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020